Ja und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Transport Fever. In der letzten Folge haben wir sehr sehr lange gearbeitet. In der heutigen Folge sieht es nicht anders aus. Wir bauen gerade diese schöne SFS hier. Die einfach fast nur durch Tunnel geht. So, wo haben wir es denn? Aha. So. So, wir hätten gerne 10 Millionen. Beziehungsweise 11 Millionen, damit wir es bauen können. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz ein Stückchen warten. Für diesen 200 kmh Abschnitt. Wird durchaus 2-3 Monate dauern. Das Einzige, was ich halt machen könnte, ist so einen Zug verkaufen. Aber die kosten mittlerweile auch nur noch 2,5 Millionen. Das ist sinnvoller, die einfach weiterlaufen zu lassen mit einem Gewinn von 40 Millionen im Jahr. Das ist, glaube ich, die höchste Summe, die ich im Transport Fever mal gesehen habe. So, 4 Millionen. So, der ist auch nur noch auf minus 1 Million knapp runter. Ich bin am überlegen, ob ich den bis Feingland an der Enz verlängern soll, den RE1. Weil er ist eigentlich schon fast quasi ein Fernverkehrszug. Ich glaube aber, ich werde ihn sogar... Ich weiß nicht, ob ich ihn in Wuppertal kappen will. Und dass er nur noch bis Köln fährt. Aber sowas wäre durchaus auch sinnvoll. So, 11 Millionen brauchen wir. So, langsam geht's voran. Wir sind jetzt wieder bei 3,6 Millionen in der Monatsmitte. Wir werden knapp noch ein, zwei Monate brauchen. Um auf das zu kommen, was wir brauchen. Um auf die 11 Millionen zu kommen. Ich glaube, so im Juni haben wir es dann soweit. Ist die schon am Fahren? Die ist sogar schon am Fahren. Mhm, 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 mhm. So, komm schon. 10 Millionen. 11 Millionen. 11 Millionen. 4 brauche ich nur noch. Also 5. Eigentlich. So, komm, wir lassen es ganz schnell mal ganz schnell laufen. So, einfach die 11 Millionen zusammen haben. Und jetzt werden wir anders. Das ist aber so. Okay. So, wir sind relativriergäffe. Komm schon, komm schon. Bis wir in Bremen sind, haben wir die 11 Millionen. Komm schon. 9 Millionen. Nächster halt ist Köln. 9,7. 10,7. So, wir haben das Geld. Jetzt machen wir es einmal ganz schnell, ganz schmerzlos. Bremen. Jetzt müssen wir noch alles einmal wieder einstellen. So, dann nehmen wir hier das Viadukt. Nehmen wir hier den Tunnel. Dann nehmen wir hier das Viadukt. Nehmen wir wieder den Tunnel. Gut. Jetzt werden wir hier noch einmal kurz so weit verlängern wie möglich. 200 kmh weichen. Muss natürlich auch was sein, damit wir hier ordentlich schnell fahren können, solange wie die Strecke noch eingleisig ist. So. Okay. Dann hier einmal die Signale hin. Und jetzt müsste die Intercity Linie 10 doch hier keine Probleme haben, hier hinzufahren. Außer, dass Viadukt noch nicht elektrifiziert ist. Und auch noch keinerlei Zugänge zu den Bahnsteigen hat. Was wir jetzt noch schnell machen. Komm schon. Kleine Straße. So. Was hat die IC Linie 10 denn jetzt noch? Einen an der Ends. Stuttgart auf der Rückfahrt Stuttgart auf Terminal 5. Ah. Da war ja was. Genau. Äh. 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 Okay. Äh. so ganz kurz jetzt einmal kurz Ausweichmöglichkeiten einbauen bzw stop und so und so Gut und jetzt sollte aber alles drin sein für die IC-Linie 10 Jetzt werden wir aber feststellen dass der Takt dahin gleich viel zu gering ist 59 Minuten da werden wir noch ein zwei Züge für brauchen Weil so wird das nicht gehen aber wir haben da ja vorhin was gesehen Unsere Züge sind zwar eigentlich viel zu Bahnsteige sind zu kurz dafür aber Bestimmte Sachen erfordern halt bestimmte Mittel Und wir können uns halt einfach sonst für 64 Millionen das können wir uns nicht leisten Ähm Und wir brauchen 200 kmh Züge Ich glaube sonst haben wir nichts was 200 fahren darf großartig Ähm Deswegen setzen wir noch ein Jetzt setzen wir noch den Duplo ICE auf die Intercity-Linie ein So und wir sind jetzt im Jahr 2020 mittlerweile Also wir sind schon in der Zukunft Ähm Soweit klappt das grad aber trotzdem wieder ganz gut So komm schon Der wird halt nirgendwo reinpassen Kann ich jetzt schon sagen Ähm Stuttgart passt Braunschweig fahren wir ja einfach durch Mühlacker Fast auch Böselen fahren wir ja auch mittlerweile durch Brilon genauso Und Saarbrücken Fahren wir auf 2 Perfekt Damit ist der Takt schon auf 28 Minuten runter Und welche Betriebskosten nur Uh Nur noch minus 184 Nur noch minus 184 Zug drauf damit der Takt dann noch geringer werden wird Aber Ähm Wir brauchen auch immer noch unser Wobei wir Haben wir mittlerweile Linie 10 Ja doch genau Linie Und Auch nur weil die Betriebskosten so gering sind Und weil wir den Zug eigentlich verdoppeln müssten Ähm Ähm Äh Geschwindigkeit kommen Äh Äh Ja 3,769 Komm Das kriegen wir doch noch dieses Jahr hin Genau Ähm Güter Lebensmittel Lebensmittel Ich würd Ich würd halt noch so viel gerne machen Ich hab halt nur Ich will halt nicht dass das jetzt alles Irgendwann so verschwindet Nach und nach Ähm Ähm Ich würd auch immer noch Hier so LKWs lang fahren Wobei Wobei Komm wir machen mal was Wie die Bahn es auch in Wirklichkeit macht Vorher machen wir aber noch was Ja 31. So Wir kaufen noch mal Güterwagen dazu 1 2 So 20 21 Haben wir mittlerweile Die machen Gewinn Die machen Gewinn. Ich glaub's nicht. Intercity-Linie. Gut, die machen jetzt natürlich ordentlich Verlust. Aber halt derzeit, weil keiner damit fahren will. Was wir aber noch ändern werden. So, 965.000 brauchen wir pro Wagen. So, einen konnten wir noch holen. So. Ähm. Komm, den schicken wir erstmal mit auf die 9. Brauchen wir doch nicht. Wir können direkt noch die Wagen dazukaufen. Eins. So. Zwei. Jetzt auf die 9 mit dir. Und damit haben wir es geschafft, was wir in dieser Folge noch schaffen wollten. Ähm. Beziehungsweise ich hab so das geschafft, was ich noch schaffen wollte. Die Linie 9 hat jetzt Verstützung. Da fahren jetzt zwei Züge drauf. Die knapp 3 Millionen einbringen. Das ist, ich hab den Güterverkehr doch nicht so schleifen lassen sollen. Aber auch nur, weil die, die das immer wieder reinfahren, oder? Oder? Ich gehe irgendwie sehr stark davon aus. Gut. Aber, wir hätten es für diese Folge wieder geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Vom Let's Play Transport Fever. Ich würde sagen, bis dahin. Und, ja. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.